Ui. Schau, du Arschloch. So. Ein Diamant. Also 9. Ein Diamant. 18, 27, 36, 45, 64, 73, 72, äh, äh, 9, 18, 27, 36, 45, 64, 73, 82, 80, 90. Ich hab doch richtig gezählt. Ich war kurz verwirrt. Ich dachte, die haben mich gerade schon wieder blamiert mit Mathe. Hey, ich hab grad Speed bekommen. Voll komisch.